Mein Name ist Liane Berghofer und ich bin eine der drei Berghofer Schwestern, die diese Mühle bereits in der sechsten Generation führt. Wir bieten in unserer Mühle ein umfangreiches Sortiment an Getreide und Kürbisprodukten an. In einem Teil von unserem Mühlenladen ist sogar ein unverpackter Einkauf von verschiedenen Getreideprodukten möglich. Bei unserer Arbeit lassen wir uns sehr gerne über die Schultern schauen. Aus diesem Grund führen wir Mühlenführungen durch. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.